Moin moin Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu meinem ersten Content Nachkauf, zwei Tage Nachkauf. Ein Spiel gezockt mit meinem Kumpel Korki, aber wir sind noch relative Noobs in dem Spiel, daher auch nicht wundern wie wir über die Maps stolpern und manche blöde Fragen stellen. Die Aufgabe war ich hatte 45 Pistolenkills zu erledigen, zum Glück waren wir nicht die einzigen Noobs auf der Map, von daher fiel es relativ leicht schon die Hälfte oder knapp die Hälfte der Aufgabe zu erledigen. Zieht es euch einfach rein und ich hoffe ihr habt genauso viel Spaß wie wir, trotz der vielen Schimmler und Camper an allen Enden und Ecken. Crash? Was ist denn das? Das wir aber wohl rausfinden müssen. Mhm, ich hab's bestimmt schon mal gespielt, aber ich kann mich nicht erinnern. Die Map kommt mir nicht bekannt vor gerade. Ach doch, ach ja, doch, das ist die von vorhin, wo der einmal gemessert hat. Echt? Glaube ja. Ah ja, das könnte, könnte sein. Ja, genau. Ja, ja, das ist es. Finde ich. Okay. Nervöser Typ. Oh, oh, weg, ich muss weg. Ich hab noch drei Schuss jetzt. Zimmer, Mann. Ey, wo liegt denn der, Alter? Scheiße, ich hab zu schnell weggeklickt. Ich werde vor allen Dingen von links beschossen und das ist von mir jetzt eine Mauer gewesen. Also ich weiß nicht, wie sich da jemand abknallen hat. Was für mich ist Radar. Schon wieder. Ach, der ist einer ist ganz oben auf dem Dach. Ja, ich frage mich, wo da ist einer, wie der da hochgekommen ist. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich hatte vorhin zu schnell weggedrückt. Ich wusste nicht mehr, wo es ist. Ich will sie sehen, er ist ganz, ganz oben. Da oben auf dem, bei einem Zaun bestimmt. Wo der Zaun auf dem Dach ist. Ah, jetzt bist du ja da oben, ne? Ne, ich bin ja unten. Achso. Bei dir da. Ich komm zu dir. Oh. Es ist doch immer so lächerlich. Da lassen die sich mit einer Pistole abknallen. Oh, hier. Warte, Sprenglauchpalle. Ja, äh, ich bin ja. Du musst, okay, geht ihm mit einer Granate weg? Ich weiß es gar nicht. Ach. Was sind das für die Granate? Kann ich mich nicht bewegen, oder was? Ja. Aber das hätte ich aber auch gerne mal bei Gegnern, wenn ich eine Granate werfen. Puh. Was war denn das? Der hat es ja überhaupt nicht gecheckt, Alter. Was war denn mit dem? Nicht in Ordnung. Hoch hier. Er schmiss seine Forzgranate durch die Tür. Mahn. Achso, Pistole ist überhaupt nicht mal die schlechteste Waffe, wenn man es halbwegs drauf hat. Und ich habe es nicht halbwegs drauf. Aber es ist fett schon. Macht schon Spaß. Ja, die hat sieben Schuss und ich kann zweimal nachladen. Naja, ich habe die, ich habe die andere, die X16 war, wie die heiße, ich vergesse den Namen immer. Die schießt schnell. Hat 13 Schuss an Bord. Junge, da bin ich ja besserer Sniper mit der Pistole als dieser Spinner hier. Als Sniper ist es normal, dass du irgendwo hängst und schießt. Oh, der nächste hinter der Tonne. Oh, Alter. Er kennt ja immer noch in demselben Haus. Wo geht es hier hinten eigentlich? Oh, wo geht es hoch? Alter, ich kriege sie kaputt. Oh. Der nächste, der in der Ecke hockt. Ja, ich habe ihn weggemacht. Alter, ich... Die dumme Sau. Ey, was ist denn das noch? Oben auf dem Dach. Ey, komm, ich höre das letzte Mal, als ich dort auf dem Dach war. Hat es mir jetzt zwei Sekunden gedauert. Warte ich doch auch noch geschossen. Oh, hier kommt schon wieder einer, wo die Tonne warst. Nein, boah ich die hingeschmissen. Oh, oh, rauf. Du siehst keinen draußen, ne? Die hängen alle irgendwo drin. Ja, ja, die hängen alle irgendwo. Du siehst keinen rumrennen. Was ist denn da los? Wo hänge ich denn? Drei Mann hinter oben drin, Alter. Drei Mann. Ich weiß, ich abschüsse mich dann aufs Toll, da habe ich jetzt erreicht. Oh, cool. Das war der... Hä, ich habe doch plus vier. Achso, ich brauche ja plus noch vier. Oh, Gorki. Ich habe der 1A Headshot vorpasset. Vorpasset. Ja, habe ich nicht gemerkt. Was denkst du denn? Hm? Der war ja wie der reinrennt, der leckt wie Sau. Ja. Ich brauche noch fünf Pistolen-Kills, dann habe ich die 45 jetzt fertig. Okay. Mit was ist die Führung? Was sind das hier eigentlich die Deathmatch? Ja. Ja. Hier unten. Da hockt schon immer noch einer. Ich habe... Der Fuß ist durchgepackt. Schade, ich spiele es dir. Oh. Ne, zählt er jetzt nicht mehr? Oder doch? Ach, ja doch. Ich bin jetzt strein-sübtsch. Easy win. Ja, wir mit Pistolen, Alter. Hier. Hey, der Moody, Junge. Moody. Geil. Geiler Typ. Achilles. 54 Monatop żadihin. Die Arbeit.